ich krieg keine luft ich krieg keine luft ja prostata gesagt und tiralala heute die ist hier auf der tour am drange sein beim wolf mit illustren gästen und dem die ist die wohl als gast ich kann nicht mehr ich hier können ja auflegen extra platten mit geschlörter weißt du und den rest seht ihr ja eh dann auf youtube oder ihr habt es jetzt bei twitch live gesehen aber ich kann noch nicht mal mit einer hand ein bier öffnen alles für die kunst oder was ich krieg das so so während die hauseigenen techniker vom wolf tv da noch was wir machen sind gucke ich hier noch ein paar platten durch das ist voll geil ich zeige euch das nur schnell ich war nämlich schon hier da sind viele bei dir hatte ich auch hier jorm und morgi habe ich doch gerade gesagt durch hier geil habe ich auch noch und noch zwei andere maxi ist davon irgendwie film schon fast in der sonne ich trinke erst mal ein bier kronen schmeckt das andere sieht man in dem video ja eh wieder nicht den rest müsst auch über dem wolf da angucken auf youtube dann geil alter in der sonne mit dem geil das sieht schön aus wenn ich von rossmann verdammt ich war schon länger nicht bei rossmann hier auch schön den den 80 habe ich auch als diese kleine weiße micro fighters ja guckt mal jetzt geht's jetzt los hier wurde jetzt ja super das ist genau was für mich weiß als 80 sammler der ist ja cool das ausweiter weihnachtskalender ding ne cool geil also übrigens im hintergrund seht ihr dieses bier was nicht so wirken tut aber doch halt ja man das ist gut über weniger kalorien und alkohol ich mach das später auch wenn ich mein bier alles weg hab ich nicht so das war's mit star wars jetzt war der joris musik aber ihr seht ja eh woanders oder habts dann gesehen wo ist mein bier geht schon wieder los hier aber so langsam krieg ich auch luft ja sieben stunden müssen schon sein wir hören ja eh mit kopfhörern nachher ab zwölf dürfen wir eh nur noch mit kopfhörern oder wie ist das ja so gut dass ich nur zu mir filme hier hier sind wir ich und leiser da habt ihr euch genau den richtigen also du links auf ich drehe nicht leiser ja gut das wird schon funktionieren weil die zimmern auf stärke darf man immer ja ja aber selbst immer so so ist sowohl entspannt oder genau so ja ja überall wird gegrüßt ne schöne grüße an insider mir ist gerade aufgefallen dass ich total viele platten gar nicht mitgenommen habe die habe ich gar nicht auf kette gehabt ich hab ganze lords zeug und so gar nicht mitgenommen und so so alte waschküchendinger die man in der waschküche aufgelegt hat da lege ich halt doch mehr england auf ich weiß es nicht scheiße hat er alles komplett verplant na denn post das ist der jens so und bist du schon aufgeregt aber geht doch gar nicht weißt du was heute noch schön wäre wenn wir uns nicht den joris hinter uns packen würden aber wenn die die kerry die kerry fischer uns vielleicht begleiten könnte später vielleicht macht ja also da hast du die festgenagelt an mir nein das ist nicht ich bin festgenagelt gesagt grundsätzlich nicht so ich höre jetzt auf damit so meine internet schulden habe ich auch gezahlt ich hab es jetzt noch nicht aufgenommen aber das stimmt schon hat er wirklich echt Prost 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 auch Prost 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 Corona Snacks Ich will mich fertig machen Ich glaube, ich geh hier nochmal schnell zur Budung von Schnaps Bullshit Wie einer Bierflasche an der Kron-Export So, was haben wir denn hier noch? Ich wollte doch Dings haben Das kann nicht alles, hier ist alles durcheinander, Alter Ich töne gleich nochmal Ich töne gleich nochmal Geil, oder? Nur leise Alter, ey Das war aber, was hab ich Ich hab zwei Tage nicht gefressen, gesoffen Mit dem Gorminister Oh, Inferno, Wunder, Alter Vor Stunden, als ich hier keuchen Da wedermäßig hochgekreucht bin Ich hatte ja noch Hilfe Aber, ähm, ich hab zwei T-Shirts Äh, noch getrocknet, ich glaub die hängen da noch Ich zieh die ja gleich an Ich hab ja noch WolfTV T-Shirt mit Wir müssen ja, oh schön, wir müssen ja representen Und so, ne? Ja Ich glaub das wird ein schöner Abend Ich glaub das wird ein schöner Abend Ich glaub hier sind Leute, die auch, äh, noch nach zwölf wach sind Das werdet ihr ja nicht sehen Doch hier werdet ihr sehen, aber nicht beim, beim Wolf auf den Links Ich muss mal hier Kommentare lesen, ey, ob da, wer dabei ist Sondern halt und zu dem Z ist immer zu dem Rappen bereit Da ist der Wolfmann, er macht den Text an die Wand Und zu dem Z hat den Rap Verstand Der Rap, ich glaub der ist eigentlich DJ Und zu dem Z hat die MC Physik Und zu dem Z ist halt die Zeit Curfew ist, äh, in Arbeit Jetzt will er nicht mehr Ich geh aber Versteck mich und zu dem Z ich rapp mich Ich rede nur Scheit Hier Ich wollte irgendeinem Scheiß wieder sagen, aber der rappt die ganze Zeit Und wir wollten einen jetzt quetschen Wir haben noch eher Scheißer als die meisten Ich glaub halb elf erst Ich bin fertig mit der Welt, aber Mal gucken wie lange das heute auf Twitch geht Ihr seht's auf Youtube dann, ne? Der WolfTV D zu dem S zu dem D Also hier, jeden jeden Tag Ich rapp gleich auf, Alter Dann machen wir hier Doppelraps, Alter O zu dem Z, Alter Wisst ihr eigentlich, dass er O zu dem Z heißt? Ich scratch einfach mal drüber Ja, lass mal scratchen, Alter Machen wir gleich einfach mal, oder? Thomas, willst du den Luis schon mal machen? Einfach mal cutten? Ja Wollt ihr noch mal was auflegen? Ja, ich übernehme und leg noch zum Video auf Ich tausch den Pullover gleich aus dann Lass uns das machen Digga, lass uns das machen Wir haben überlegt, dass wir so tun, als wären wir eine Person Lass uns das machen Du ziehst gleich den Pulli an, Alter Dann machst du den auch drüber Ich mach das auch an, Alter Das ist super Also, alleine... Alleine lassen wir hin Äh, Jungs legt ja immer geilen Stuff auf Ihr seid mittlerweile sehr, sehr schnell auf Youtube auch, ne? Das ist die knappe Sendung halt Der WolfTV in einem Wort Genau Bei Jungs war der WolfTV Wolf Mediathek WolfTV TH Nein, DV Wir legen nochmal auf, ne? Die Nusche Ich mach nochmal Gut Ich will auch gleich mixen Ich will mal ausprobieren Aber wahrscheinlich... Wahrscheinlich ist es nur beim Scratchen Heute lass ich auch mal die Kronkorken zu Hause Achso, den brauch ich einzeln Warte, den mach ich nochmal Heute brauch ich auch die... Heute lass ich auch die Kronkorken einzeln draußen Und nimm sie nicht mit nach Hause Eigentlich auch nicht mitgerichtet, Alter Du hast voll super, Alter Das ist geil Ja, hab da nicht mitgekriegt Werdet ihr auch nie mitkriegen Weil, äh... Selbst Youtube ist private Nein, wie heißt das? Keine Ahnung Kronkorken Ey, wo die Glocke Den Glocke... Den Glocke... Ich verwalte das hier Yeah Ein Nomade Yeah Ich verirr mich nicht Ein Droide Ein Astroide Yo Der war ganz schön komisch Den hast mal rausgehauen Hast mich rausgefordert Ich hab's verhauen Aber trotzdem Werde ich weiter gehen Ist kein Problem Yo, werdet das sehen Yo, guck mal hier He-Man 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 Da steht He-Man Da Wo ist She-Man Yo She-Man Ich bin der He-Man He-Man He-Man, He-Man Geil, Alter Kommunister, ja, schade Ich kann's nicht wiedergeben Eigentlich ging's nur um Luke Skywalker Um dieses Deep Face Deep Fake Wie heißt das? Deep Fake Ja, Deep Face, äh, Deep Fake Deep Fake ist die Technik Und es ging um sein Face Ja, wir haben das weitergesponnen halt Und ja 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 So, mehr sag ich auch nie mehr Reicht ja Yippie Alter, das war auch jetzt wieder doof von mir Ich so, ey, ist das Fanta 4 oder was ist das? Nee, ist ein Wolfrepp, Alter Ich so, toll Hab ich mir schön wieder eingesetzt Ja, gut Ja, gut Ja, gut Demon Boys, Demon Boys Das Intro, da ist alles geil Die hab ich auch Aber hier, Daddy Freddy Go Freddy, go, go, go Geil Die hatte ich heute noch in der Hand, Alter Ja Vielleicht hab ich das sogar im Video Okay Ich hau mir mal eben den Kopf auf den Tisch, ne? Ohne Worte One love Ne, Jo ist jetzt ne Fratze gemacht, Alter Ich hab's nicht gesagt Nein, nein, der Huben macht immer so, wenn er Bier trinkt, der sieht nicht so aus, als ob ihm das schmeckt Das, das sagt mein Vater schon seit Jahren, immer wenn der Videos sieht Ja, aber Huben, das sieht doch wirklich nicht aus Also, Alter, er so, ey, hör doch auf Bier zu trinken, du machst ne Fresse Scheiße Ja, Huben, ich weiß auch nicht, was da los ist, ey Ja, ich mochte auch früher kein Bier, zu meiner Stunde Mach doch mal, mach doch mal einmal schnell, guck mal das Ich mach noch einmal schnell Kannst du überhaupt mit Dings trinken? Mit links immer Ey, ich bin doch ein Linkssender Ja, ja Ich bin doch künstlerisch begabt Ja, dann mach jetzt mal, guck mal, mach mal ein hübsches Gerät nach dem Ketten, dann so geht's nicht schon los Schmeckt toll Scheiße, Foto Oh Ja, Juchu, Juchee Ja, Hauptsache ich repräsente, ne? Ich versuch jetzt gleich nochmal was aufzulegen, ne? Ja, super Ich glaub, ich nehme erstmal Schallplatten, obwohl mit dem Computer, das ist sehr einfach Dann trink nochmal ein Schluck Bier und guck, ob das schmeckt Ja, mach ich ja eh Das tut eh schmecken, warte, das kann ich ja nicht Ach so, ja, Gesicht nochmal, Gesichtswiederholung, warte Oh, geil Oh, fütter mich Geil Oh Oh Jetzt macht aber hier, jetzt kommt aber Musik hier ins Spiel, Alter Da schmeckt das Bier auch Ja, da schmeckt das Bier auch Kaum Hier, was kriegt ihr das, ey? Hast du die? Ja, dieses Collabo-Ding Aus England Aber ist das Music of Life, oder? Nein, 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 nein Ich hab ne Music of Life auch, da gibt's nämlich auch, Icepick und so, aber die kenn ich auch noch Und es gab diese, diese Afrika-Dinger, wo KS Bonn drauf war und da gab's ja auch noch so'n Ding, Alter Ich weiß, dass der Wolf dich hat Der Wolf hat hier überall, Alter Ich muss das auch so aufbauen Aber ich sortier ja nicht, ne? Außer mein Bier Ringo Der wird ja kein Bier mehr, oder? Ja? Machst du ein Video oder das? Also das, was der Gatsche macht, dass das Waffe nicht funktioniert Ey, das ist nur Scratchmann, Alter Ich werd hier voll penetriert, ich sollte nur Leistung zeigen Ich pack erstmal Platten aus, Alter Ich muss erstmal mal, ich hab eh nur noch eine Kanne Bier, Alter Und ich dachte, dass es hält bis fünf Wie geht's genauso, Alter? Ja, Osi Pop auch, aber wir skrützen gleich noch Wir machen ja nochmal Terror hier Ich hör dir, das ist geil Ich hör Overlord X gleich stille Post Und ich kann irgendwie mal wieder Musik hören Das ist geil, Alter, das ist echt schön Du sollst jetzt hier aufnehmen Ey, das hat doch gar nichts Ich bin am aufnehmen Achso, auflegen, ja, auflegen Damit ihr auch nicht denkt, wir legen nur aus dem Computer auf Nein, das sind Schallplatten Methodische Erinnerung von... Schallplatten Von meinem Kollege Sonic ist trash Natürlich hat das Da find ich was Jetzt legt er selber was auf, weißt Aber ja, so ist das Hier Oh Äh, Entschuldigung Äh, Kriegt der Sterne auf VHS? Ja Ja, Kriegt der Sterne auf VHS? Bitte Ich sammel die alle Ich kann die auch zehnmal gebrauchen Hier steht auch ein bisschen Das ist eine Reha aus Pappe Die ist auch wunderschön Ich werd sie noch begrapschen heute Tschüss Da merkt man's wieder 100 Stunden später 30 Jahre später Äh, wir hörten alten Rap Und das macht richtig Spaß, Alter Ich bin mit dem Wolf alleine nur noch hier Äh, wir sind noch online Live Also hier nicht, aber da auf Twitch Und dann gibt's das ja auf Youtube Und das macht richtig Bock, Alter Und ein paar Leute supporten noch halt Und so, das ist echt schön Black Sheep, siehste Da ist nämlich Mit so verfickten Rappern und so Was man aus den 90ern kennt Ich kannte keinen Namen halt Also äh, weiß ich nicht Die ganzen Hip-Polizisten und so Weiß ich doch nicht Wenn ich Musik mochte Ich weiß, wo das auf einer Schallplatte ist Wie das Cover aussieht, aber Demnächst mehr dazu Also ich kann euch nur fürs Video sagen Ich wollte eigentlich nur Ein bisschen Bier trinken, auflegen Aber es ist gar nicht so einfach Weil das geht schnell, lange und äh, ja Alles wunderbar, aber Ich hab nichts gemacht, was ich machen wollte Was ich mir vorbereitet hab, aber Man kann ja einfach mal Musik hören Das ist wunderschön Hier, WTV Also die Doubles und so, die Bags Color, ne? Äh 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 Aber der trinkt ja auch nicht so, wie unser Heinz Das ist ja auch gut Das macht ihn ja auch sympathisch Ist klar, ne? Ja Ich hab den Wolf jetzt alleine gelassen Er muss jetzt mit Drumshaker klarkommen, aber Eigentlich haben wir den ersten Abend Musik gehört Was auch geil ist, gar nicht gemixt Wie viele Leute sind noch da, Alter? Das sieht aus wie an meinem Rechner 1,41 Wir haben übrigens Viertel vor 1 Atari Ihr erinnert mich immer an ATAR, Alter Was soll das? Und hier, hier seht man den Wolf live bei der Arbeit Das wäre mir auch so gewesen, aber ich hab's nicht gefilmt, aber Ihr seht's ja Auf WolfTV auf YouTube 7 Stunden, 6 Stunden Videos, alles gut So, ich nochmal, weil Weil die Sendung geht ja schon, also die Folge geht ja schon ein paar Stunden Wir sind zu zweit hier Aber ey Poor Righteous Teachers P.R.T. P.R.T. Geil Ey, das sind Ideen, man muss alte Zeug hören Da sind nur Vocals drin zum Scratchen, Alter Ja Listen to your music P.R.T. P.R.T. Alter, ist das ja voll Spaß Ja Wir legen Mucke auf, Alter Wir sind zu zweit Alles easy, halt Konform Bockt sich, Alter Und es sind nur Leute da, die da zuhören Ich brauch Internet Ich will auch Internet machen Einfach auflegen, Alter Einfach mal meine Platten wieder durchhören Was ich nicht mehr kenne, oder Weil heute war's ja auch so Da kann man ja irgendwann auch mal mixen, oder Also Eismichel und so, ja Ja, wie gesagt, den anderen Scheiß seht ihr ja Nonstopter beim Wolf auf YouTube Ja, Jungle Bar was Ich hab Reaction Hab ich jetzt nicht gefilmt, aber ich find's geil Man hört Any Second Now Man hört jede Sekunde was Schönes Ja, Prostata Letzte Bier Dann trinke ich vielleicht noch hier dieses Flachprozentige Aber Es geht ja um Die Nation The J.B.s The J.J.B.s The J.J.B.s The J.B.s Guck mal, da hörst du noch nachts hier Songs, Alter Wo der Wolf Ripp, die er auf der Platte schon hat Lange vor anderm Scheiß Juhu 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017